Ich bin zu einem Projekt eingeladen worden, das im April hier auf YouTube stattfindet. Dieses Projekt nennt sich How to Botanical. Bei diesem Projekt geht es um botanische Junk Journals und ganz viele Ideen, die du für ein solches Journal für dich selber umsetzen kannst. Die Initiatorin dieses Projekts heißt Rachel vom Kanal Rage & Bella Crafts und sie hat eine ganz, ganz große Gruppe von YouTubern zusammengestellt, die verschiedene Ideen zeigen für botanische Junk Journals. Du kannst alle teilnehmenden Künstler unten in der Infobox verlinkt finden. Das ist eine ziemlich lange Liste, aber ich denke, die Zeit lohnt sich, diese Liste einmal durchzuschauen, um verschiedene andere Creator hier auf YouTube kennenzulernen, verschiedene andere Junk Journalisten und natürlich sehr viele verschiedene Ideen kennenzulernen, die du selber für deine eigenen botanischen Junk Journals umsetzen kannst. Heute bin ich an der Reihe, bin schon ein bisschen nervös. Ich möchte gerne heute diesen Layered Mixed Media Tag machen, also einen Mixed Media Tag mit verschiedenen Lagen, wie man hier sehen kann, zum Ausklappen, mit ganz viel Platz zum Schreiben und Aufbewahrungsmöglichkeiten für kleines Ephemera. Dafür werde ich dieses botanische Kit hier von Rachel verwenden. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und ich möchte gerne dieses Kit kombinieren mit einigen meiner eigenen Printables, die auch dieses botanische Thema haben, wie das hier zum Beispiel. Ich erzähle euch später im Laufe des Videos noch ein bisschen mehr darüber, welche Printables ich genau verwendet habe. Ich habe mal ein bisschen durch meinen eigenen Shop geguckt und geschaut, was sich mit Rachels Kit kombinieren lässt, weil ich mir gedacht habe, ihr habt wahrscheinlich auch ganz viele unterschiedliche Materialien zu Hause und ich wollte gerne zeigen, dass ihr das im Prinzip mit allen möglichen Dingen machen könnt und auch verschiedene Dinge miteinander kombinieren könnt. Von Rachels Seiten hier werde ich mir zuerst einmal eine Seite aussuchen, aus der ich die Basis für meinen Tag machen möchte. Dafür werde ich eine Seite nehmen, die relativ neutral ist. Ihr seht schon, hier gibt es sehr viele Bilder, die so ein bisschen osterlich, wie heißt denn das, österlich, so frühlingsmäßig angehaucht sind. Aber ich werde hier mal diese Seite verwenden, weil da keine Bilder drauf sind, die ich jetzt gleich, wenn ich das falte, zerstören würde. Als erstes nehme ich mir meine Seite hier und drittel die in etwa nach Augenmaß. Also ich habe das mal hier so gefaltet, dass man in etwa ein Drittel von diesem Blatt hat, sodass man jetzt, wenn man das umdreht, das letzte Drittel hier so zurückfalten kann und ungefähr das drei gleiche Teile sind. Das wird nach Augenmaß nie so genau funktionieren. Deshalb erhält man hier so einen kleinen Überstand, den man ganz einfach abschneiden kann. Man kann das natürlich auch ausmessen, aber ihr kennt mich, ich und messen, das ist nicht unbedingt die beste Kombination. Deswegen schneide ich mir das hier mal ab. Und das kann man natürlich auch aus einer anderen Größe Papier machen. Ich habe jetzt hier DIN A4 genommen, aber ihr könnt natürlich auch DIN A5 zum Beispiel verwenden, da wird das Ganze ein bisschen kleiner oder ein komplett anderes Format. Da kommt es eigentlich überhaupt gar nicht so drauf an. Ich falte jetzt die eine Seite hier nach innen und das andere klappe ich so rüber und da sieht man schon, das lässt sich nicht so gut klappen. Deswegen werde ich hier noch ein Stückchen entfernen, sodass sich das richtig gut schließen lässt. Das kann man natürlich beim Falten schon berücksichtigen, aber ich finde das so irgendwie ganz einfach und irgendwie, ja, ein bisschen so intuitiv, oder? Also ich habe dieses ganze Projekt relativ intuitiv gemacht und auch so, dass man das eigentlich mit jeglicher Art von Größe, Form und so weiter an Material nachmachen kann. Jetzt schneide ich mir hier oben noch die Ecken ab, damit das auch wirklich aussieht wie ein Tag. Dafür schneide ich zuerst die eine Ecke ab und nehme die als Vorlage für die andere, sodass ich dann den gleichen Winkel da oben bekomme. Und jetzt werde ich erstmal hier ein zweites Papier draufkleben, sodass die Innenseite dieses aufklappbaren Tags auch dekoriert ist. Ich schneide hier oben noch diese kleinen Dreiecke raus, sodass wir wieder die Form haben, die wir vorher da hatten. Ansonsten, ne, schaut das ein bisschen komisch aus. Ja, und dann falte ich das Ganze wieder zurück in seine ursprüngliche Position. Da muss man ein bisschen fummeln, wie man hier sieht, dass man das wieder vernünftig zusammengefaltet kriegt, wenn es aufeinandergeklebt ist, ne. Zwei Lagen Papier ist ein bisschen schwierig. Könnte man auch so ein Falzbord dann nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Aber, ja, das funktioniert auch so. Muss man ein bisschen vorsichtig machen, dass das nicht irgendwie schief wird oder so, ne. Das wäre jetzt nicht so optimal. So, und als nächstes werde ich jetzt hier die Kanten von diesem Tag ein bisschen abranzen. Ich werde das hier auf meine altbewährte Abranzmethode machen, denn ich möchte euch auch in diesem Video einige meiner liebsten Mixed-Media-Techniken nahe bringen, die ich eigentlich immer wieder verwende und die immer wieder super funktionieren und auch auf verschiedenen Projekten richtig coole Ergebnisse erzielen können. Und eine von diesen Lieblingsmethoden ist eben dieses Abranzen von Kanten. Ich werde dafür zwei verschiedene Farben an Distress Oxide Ink nehmen. Das kommt eigentlich nicht so drauf an. Hier habe ich jetzt Walnutstain und Vintage-Foto genommen, zwei so Brauntöne. Aber ihr könnt natürlich auch jegliche anderen Farbkombinationen nehmen. Wenn zum Beispiel so Brauntöne nicht zu eurem Untergrund passen, nehmt ihr halt eine andere Farbe. Das geht natürlich auch. Ich werde das jetzt hier direkt aus dem Refiller auf meinen Acrylblock auftragen, weil ich dann ein sehr pigmentiertes und eine sehr extreme Farbe einfach habe. Man könnte natürlich auch das von dem Stempelkissen so direkt auf den Acrylblock tun, wenn man keinen Refiller hat. Aber der Effekt wird dann nicht ganz so extrem, als wenn man direkt diese sehr stark pigmentierte Tinte nimmt. Das ist ja so wie Konzentrat. Ich weiß, das ist nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Die Tinte aus dem Refiller ist ja sehr viel intensiver als das, was aus dem Inkpad rauskommt. Und jetzt knüdle ich die Seiten hier so ein bisschen. Keine Angst. Je extremer ihr das macht, desto mehr kriegt ihr natürlich diesen abgeranzten Effekt. Diese Kanten werden natürlich später noch wieder glatt. Also ihr braucht euch nicht irgendwie aufregen, ne? So nach dem Motto, oh Gott, ich muss das hier einknüddeln. Das wird später wieder glatt. Und ich muss auch dazu sagen, ich verwende jetzt hier mattes Fotopapier. Auf diesem Papier wird dieser Effekt sehr viel extremer als auf normalem Kopierpapier. Aber, das heißt nicht, dass es auf normalem Kopierpapier nicht funktioniert. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn ihr das hier seht und gleich das Ergebnis seht und ihr denkt, huh, das ist aber extrem, dann habt ihr im Hinterkopf, dass ich hier mattes Fotopapier verwendet habe, wo das sehr extrem rauskommt. Das liegt an der Beschichtung des Fotopapiers. Aber diesen Effekt kann man natürlich mit jeglichem anderen Papier auch hinbekommen. Es gibt ja auch Leute, die drucken zum Beispiel auf kaffeegefärbtem Papier. Da wäre das auch kein Problem. Da könnt ihr das genauso machen. Ich nehme jetzt einfach die Kanten von diesem Tag und drücke die in diese mit etwas wasserverdünnte Tinte. Wie man vorher gesehen hat, ich habe auch die Farben so ein bisschen ineinander laufen lassen. Man wird trotzdem später nicht nur einen Braunton sehen, sondern die unterschiedlichen Farben, eben das Walnut-Stain- und Vintage-Foto, was ich hier vermischt habe, weil die sich nicht komplett vermischen auf meinem Acrylblock. Klar, wenn ihr natürlich mit einem Pinsel oder so da drin rumgeht, dann habt ihr eine einheitliche Farbe hinterher. Aber wenn ihr das nur so ein bisschen verlaufen lasst ineinander, dann sieht man später noch richtig cool die unterschiedlichen Nuancen von diesen Farben. Und ihr seht schon, wenn man das aufklappt, sieht jetzt schon ziemlich abgeranzt aus. Und auch im oberen Bereich da rechts läuft es schon so richtig cool da rein, als wäre das wirklich von sich aus so gealtert. Ich mag das sehr gerne, insbesondere bei solchen Mixed-Media-Projekten, wenn das so aussieht, als wenn das von sich aus schon so geworden wäre, beziehungsweise wenn das sehr unberechenbar einfach ist. Ich nehme mir jetzt hier so eine Rolle, um das Ganze etwas wieder platt zu machen, bevor ich das föhne. Wer das gerne sehr, sehr abgeranzt mag, kann das auch auslassen, diesen Schritt, und einfach föhnen. Dann werden diese Knicke, die man vorher gemacht hat, trotzdem wieder etwas flach, weil es logisch ist, es ist Feuchtigkeit drauf. Und wenn ihr das föhnt, dann flacht sich das wieder so ein bisschen. Das bleibt nicht so verknüddelt, wie es am Anfang war. Aber ich möchte ja später noch verschiedene Lagen auf meinen Tag aufbringen. Und dafür ist es ganz sinnvoll, wenn man das ein bisschen vorher glatt macht, dass das nicht ganz so grumpelig aussieht. Das hier ist mal das Zwischenergebnis. Das schaut jetzt sehr rostig aus. Diese rostige Farbe kommt hauptsächlich von dem Vintage-Foto. Ich finde es eine sehr coole Farbe, weil das einfach nicht nur alt aussieht, sondern tatsächlich auch so ein bisschen angerostet. Und jetzt werde ich die Kanten distressen. Dafür nehme ich jetzt auch Walnutstain, eben eine dieser beiden Farben, die ich vorher auch schon verwendet habe. Die kommt natürlich hier jetzt komplett anders raus, weil ich sie hier nicht mit Wasser aktiviert habe und auch nicht aktivieren werde. Aber diese Farbe passt natürlich sehr gut zu den anderen beiden Farben, weil, ne, war ja vorher schon drauf. Also, ne, ja, passt gut. So, dann habe ich da drum herum genäht, wie man hier sieht. Ich habe hier auch oben diese Fäden stehen gelassen. Das finde ich für so ein grungiges Projekt sehr cool. Das schaut immer ganz gut aus. Kann man natürlich auch abschneiden, wenn man das nicht mag. Wenn einen das stört oder man droht, damit irgendwo hängen zu bleiben oder so, kann man das natürlich abschneiden. Aber ich finde das immer ganz cool. Und hier habe ich jetzt eine Variation gemacht aus einem geraden Stich mit meiner Nähmaschine und so einem Zickzack-Stich. Den Zickzack-Stich habe ich in diesem Fall nicht ganz so auffällig gemacht, sondern nur an einer Stelle, wie man sehen kann. Und auf den anderen Seiten habe ich das so ein bisschen abgewechselt sozusagen. Also, dass das Zickzack nicht immer an der gleichen Stelle ist. Und jetzt möchte ich gerne dieses innere Teil hier gestalten. Und zwar so, dass das später ein Platz zum Schreiben werden kann. Auf diesem Untergrund hier kann man natürlich nicht so gut schreiben, weil der sehr wuselig ist. Und deswegen möchte ich gerne hier jetzt ein bisschen schablonieren und einen coolen Hintergrund machen, aber gleichzeitig einen, ja, Platz zum Schreiben. Diese Schablone hier stammt von Tim Holz. Die Nummer hier unten kann man nicht, wer weiß, wie gut lesen. Wenn ich die finde, verlinke ich euch die unten in der Infobox. Ich weiß nicht, warum der das dann nicht in schwarz mal aufdrucken kann. Kann man sehr schlecht lesen. Aber ich versuche, die zu finden und die euch unten in meinem Amazon-Shop auch zu verlinken. Und die möchte ich jetzt gerne benutzen. Um da weißes Gesso durchzustreichen. Und in diesem Fall möchte ich eine Kombination machen aus einem bisschen abstrakten Hintergrund und einem konkreten Hintergrund. Und jetzt habe ich hier in Anführungsstrichen das Problem, dass ich schon vorher Distress Oxide Inc. verwendet habe. Das heißt also, wenn ich jetzt mit Gesso da draufgehe, wird das nicht weiß bleiben. Und das schaut komisch aus. Ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt. Deswegen mache ich hier einen kleinen Trick. Ich werde zuerst diese Schablone ein bisschen dreckig machen mit dieser Tinte. Wenn du eine dreckige Schablone schon hast, dann nimm einfach die dreckige. Diese Schablone war jetzt neu und deswegen habe ich die halt hier dreckig gemacht. Im Normalfall reinige ich meine Schablonen ganz, ganz selten, weil ich die eben für genau einen solchen Zweck dann verwende. Wenn die Distress Oxide Inc. hier auf der Oberfläche ist und du tust weißes Gesso drauf, dann blutet dir die Tinte in das Gesso ein und das Gesso zieht die Farbe einfach an und es bleibt nicht weiß. Und damit das nicht aussieht wie gewollt und nicht gekonnt, kann man das natürlich ein bisschen beeinflussen und ein bisschen extra braun oder dreckig werden lassen, somit dass das hinterher gewollt ein bisschen dreckig aussieht und nicht rein weiß. Und das ist das, was ich hier versuche. Aber wie gesagt, wenn du eine dreckige Schablone hast, dann nimmst du einfach die, dann kannst du diesen Schritt hier natürlich überspringen. Das lege ich mir erstmal vorsichtig hier auf die Seite, damit ich entscheiden kann, wo ich das jetzt hinhaben möchte. Und hier kann man natürlich jetzt machen, was man will. Also wenn man sich denkt, oh, ich will nur eine Seite zum Schreiben haben, dann macht man das eben nur auf einer Seite. Wenn man den ganzen Platz zum Schreiben ausnutzen will, wird sich auch so ein diagonales Dings hier, so ein Design anbieten. Das werde ich jetzt tun. Ich werde das so ein bisschen diagonal anordnen, sodass man in der Mitte sozusagen Platz hat zum Schreiben. Dafür lege ich mir die Schablone mal hier drauf und dann streiche ich durch diese Schablone etwas Gesso und zwar in diesem Fall ohne etwas dazu zu mischen, weil ich möchte diesen ersten Abdruck, den ich jetzt hier mache, sehr abstrakt haben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das nicht mögt, wenn das ein bisschen so verschmiert und so loose aussieht, würde man im Englischen sagen, könnt ihr natürlich auch in euer Gesso etwas hineinmischen, wie zum Beispiel ganz feinen Vogelsand oder Speisestärke würde gehen oder auch dieses Marbledust. Das ist sowas wie Schlemmkreide. Dadurch wird das dicker und dann könnt ihr das natürlich kontrollierter durch die Schablone streichen beziehungsweise wird das Ergebnis klarer dadurch. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das habt, auch direkt eine Strukturpaste verwenden. Die gibt es ja auch schon in fertig angemischter Form. Das würde selbstverständlich auch funktionieren. So, wenn ich das jetzt hier wieder abnehme, dann sieht man schon, dass das hier relativ verschmiert und undeutlich aussieht. Aber das ist genau das, was ich hier wollte. Ich möchte, dass man das Hintergrundpapier hier durchscheinen sieht und das dann auf der Oberfläche eben dieses sehr abstrakte Muster von dieser Schablone ist. Das habe ich jetzt auf der anderen Seite hier auch noch gemacht, nicht ganz so viel. Und jetzt, also damit es einfach nicht so langweilig und gleichmäßig aussieht. Und jetzt werde ich hier einige Stellen einfach ein bisschen verschmieren, sodass ein Platz zum Schreiben auf einer einigermaßen ebenenweißen Fläche entstehen kann und dieses Muster nicht so abgehackt aussieht. Passt ein bisschen auf, wenn ihr das mit dem Spachtel verteilt, dass ihr nicht zu viel Gesso in diesen Knick von dem Tag reinkriegt. Ansonsten kann das nach dem Trocknen da sehr steif werden und dann könnt ihr das nicht mehr vernünftig zuschlagen. Oder ja, es könnte auch sein, dass es dann an der Stelle vielleicht ein bisschen so bricht oder so, weil das Gesso natürlich da dann eine gewisse Dicke hat. So, hier sieht man jetzt auf der linken Seite ganz gut, wie die Tinte da durchgekommen ist. Aber so schaut es jetzt, wie gesagt, aus, als wenn es von Anfang an so geplant worden wäre. Und jetzt nehme ich mir nochmal die gleiche Schablone, weil ich jetzt mit Tinte da drüber schablonieren möchte. Das ergibt einen ganz coolen Effekt. Ich nehme hierfür auch die gleiche Schablone, sodass man später sieht, oh, dieses bisschen abstrakte Muster ist von der gleichen Schablone wie dieses konkrete Muster. Dann geht es später, wie so ein kleiner Special-Effekt, so ineinander über. Dafür versuche ich jetzt, die Schablone möglichst genau auf den Abdruck von vorher zu legen. Ist ein bisschen schwierig, weil die eben so ungenau ist, aber da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und das an die richtige Stelle bringen. Und jetzt nehme ich mir die gleichen Farben Walnut Stain und Vintage Photo, die ich schon für diesen Abrandseffekt verwendet habe und die dort im Hintergrund sind, weil das natürlich jetzt auch wieder gut dazu passt. Und dann werde ich damit jetzt über meine Schablone gehen, mit relativ viel Druck, sodass ein ganz, ganz klares Ergebnis dieser Schablone später zu sehen sein wird. Nachdem das getrocknet ist, können wir uns dann um die Außenseite hier kümmern. Auf diese Außenseite möchte ich jetzt verschiedene Lagen in verschiedenen Größen bringen, sodass dieser Tag von außen so richtig auffällig und pompös aussieht. Das hier innen wird so bleiben. Das werde ich dann später zum Schreiben verwenden. Hier könnte man auch noch was dekorieren, aber ich werde jetzt erstmal mich um diese Außenseite kümmern. Und dafür werde ich mir jetzt verschiedene Teile nehmen, unter anderem auch aus meinen eigenen Printables, wie dieses hier zum Beispiel. Das sind so kleine, so botanische Karten. Wie gesagt, ich verlinke euch alle Artikel, die ich verwendet habe, unten in der Infobox. Alle digitalen Papiere, die hier irgendwie vorkommen, sind unten verlinkt. Und ich benutze natürlich nur Teile von diesen digitalen Papieren. Also was ihr hier seht, sind nur Ausschnitte aus diesen digitalen Printables. Die sind ja teilweise sehr viel umfangreicher, sodass ihr euch das in Ruhe anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, alles ist unten verlinkt. Dieser gelbe Tag hier, der gefällt mir ganz gut auf dem Großen, aber hier muss noch irgendwas drum herum, weil die Proportion stimmt mir da noch nicht. Der Abstand ist ein bisschen zu groß zu diesem Rand, finde ich. Deswegen habe ich mir diese alte Buchseite hier genommen, auch um noch eine andere Art von Papier einfach in dieses Projekt einzubringen. Und ihr könnt natürlich selbstverständlich, wenn ihr zum Beispiel keinen Drucker habt, dieses ganze Projekt auch aus anderen Papieren machen. Ihr könnt Zeitungen nehmen, ihr könnt verschiedene Verpackungsmaterialien nehmen, ihr könnt euren Papiermülleimer aufmachen im Grunde genommen und rausholen, was da drin ist und das verwenden. Und man kann natürlich auch sich dann botanische Bilder zum Beispiel aus Zeitschriften ausschneiden oder aus Büchern oder so. Man muss ja kein digitales Papier verwenden. Aber in diesem Fall habe ich auch mal den Versuch gewagt, eben sehr viele verschiedene Einzelteile miteinander zu kombinieren, auch um euch verschiedene Ideen zu geben. Es haben mich auch schon einige Leute danach gefragt, ob ich sowas nicht mal machen kann, auch zu zeigen, wie man aus meinem Shop zum Beispiel verschiedene digitale Papiere kombinieren kann. Und das hier ist eine Möglichkeit von Milliardenmöglichkeiten. Diese Journaling-Karte hier stammt aus meinem Cute Woodland-Kit und ich fand diese Farben ganz passend dazu. Das ist hier die T-Dyte Edition. Dieses Cute Woodland-Kit, das gibt es in so einem Grauton im Hintergrund und eben so ein bisschen T-gefärbt. Das war mal ein Kundenwunsch. Und seit ich dieses Papier in diesem T-Dyte Edition gemacht habe, bin ich einfach so verliebt in dieses Papier. So genial, aber egal. Dieses kleine Teil kommt jetzt noch vorne drauf. Das ist aus Rachels Papier-Set. Und ihr seht schon, ich habe das jetzt wirklich nicht nur in der Größe, sondern auch in der Ausrichtung etwas abgeändert. Also abgeändert, nicht abgeändert, sondern abgewechselt. Das ist, was ich sagen will. Dieses kleine Teil vorne drauf ist zum Beispiel quer. Die anderen Sachen sind hochkant. Da könnt ihr rumspielen, wie ihr wollt. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen Kontrast zwischen die einzelnen Lagen bringen. Die schauen jetzt alle sehr gleichmäßig und sehr clean aus. Dafür verwende ich hier dieses Papier, was ich normalerweise benutze, um meinen Tisch zu schützen. Und daraus werde ich jetzt einfach ein paar Stücke reißen, die etwas größer sind als das, was später da drauf kommt. Also immer ein bisschen größer als das, was da drüber ist. Also wisst ihr, was ich meine? Sodass man das dazwischen auch gut sehen kann. Dass immer dieses digitale Papier und dieses Müllpapier sozusagen abgewechselt ist. Und dadurch ergibt sich natürlich ein sehr cooler Rand für diese einzelnen Papiere, die ich für die einzelnen Lagen ausgewählt habe. Das reiße ich, wie gesagt, immer ein bisschen größer, als es eigentlich sein müsste, sodass man das gut sehen kann. Diesen Rand kann man natürlich auch variieren, wie man möchte. Und das Gute ist jetzt, auf der Rückseite des digitalen Papiers ist es ja weiß. Da habe ich auf die Rückseite nichts drauf gedruckt. Und wenn ich das jetzt hier drauf mache, dann sieht es später so aus, als wenn es eine weitere Lage wäre, obwohl es dran genäht oder draufgeklebt ist. Also man hat das Gefühl, dass dieses Tag viel, viel, viel schichtiger ist, als es in Wirklichkeit ist. Und man hat natürlich auch den Vorteil, dass man die weiße Rückseite von dem Printable gleich verdecken kann. Da muss man da nicht noch mit Kaffee oder irgendwas rumhampeln und das anmalen oder so, sondern man hat es gleich verdeckt. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch der, dass man dann noch zum Beispiel verschiedene Schnipsel darunter einbringen kann oder irgendwas anderes dazwischen kleben, Stoffspitze oder sonst was. Und man kann natürlich auch Taschen dann aus diesen Teilen machen. Also wenn ich jetzt das nicht komplett aufnähe, dann kann ich Taschen daraus machen und noch was weiteres reinstecken. Ich werde jetzt diese ganzen Teile hier nehmen und die auf die gleiche Art und Weise abranzen, wie ich vorher das mit dem Tag gemacht habe, mit meiner Distress Oxide Ink. Hier ist das schon fertig und gleichzeitig habe ich auch das Ganze zusammengenäht. Bei dieser Buchseite ist mir aufgefallen, dass die sehr, sehr dünn ist. Ich habe die mit Kaffee gefärbt und als ich die dann so gekrumpelt habe, um das Distress Oxide Ink drauf zu tun, ist mir die bald zerbröselt. Und ich habe gemerkt, die reißt relativ leicht ein. Deswegen habe ich auch noch relativ krass hier in der Mitte drüber genäht und mit diesem Abfallpapier hält das jetzt sehr gut zusammen. Da passiert jetzt gar nichts mehr. Und ich habe versucht, so kleine Blättchen zu nähen. Ich weiß, sehr abstrakt, es gibt sehr viele unter euch, die da Profis drin sind und das perfekt beherrschen. Ja, ich hoffe, man kann das erkennen, dass das so kleine Blätter sind. Ja, das kommt jetzt mal hier so drauf. Und dann habe ich hier bei diesem ein kleines Problemchen gehabt, weil mein Unterfaden von der Nähmaschine war leer und ich habe es nicht gemerkt. Jetzt habe ich hier so Löcher und die Nähmaschine hat halt da einfach aufgehört zu nähen. Dann habe ich aber gedacht, na komm, hier draus können wir doch einfach eine Tasche machen, weil, ne, warum soll man das da verschließen? Wir können da oben einfach so eine kleine Ecke freilassen und dann kann man da noch einen schlanken Tag zum Beispiel reinstecken oder irgendwas anderes, Journaling-Papierchen oder was auch immer. Jetzt hat man natürlich hier das Problem, dass das da nicht richtig verschlossen ist, also, ne, weil da war es halt einfach leer. Das kann man aber natürlich auch lösen. Ich werde da gleich einfach mit einem Zickzack drüber nähen an diesen beiden Stellen und dann ist das ohne Probleme als Tasche benutzbar. Allerdings möchte ich gerne noch ein bisschen Stoff oder Spitze oder sowas hier einbringen und das gleichzeitig in einem Schritt mit festnähen. Ich habe hier dieses Stückchen Stoff, das werde ich jetzt gleich hier draufsetzen. Hier ist es auch schon. An der Seite habe ich einfach so ein kleines Stück davon genommen, festgenäht und oben auch. Und, ähm, falls ihr zum Beispiel mal hier so einen weißen Stoff oder sowas habt und ihr denkt, ah, ich habe nur weißen Stoff, ne, man kann Stoff auch mit Distress Oxide Tinte einfärben. Das habe ich nämlich mit dem Stoff, den ich hier verwende, auch getan. Deswegen hat er so eine richtig coole Farbe. Der war ursprünglich weiß. Dazu gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Falls ihr euch euren eigenen Stoff einfärben wollt, könnt ihr das auf meine Methode machen. Geht natürlich auch mit anderen Methoden, aber ich finde das relativ leicht, schnell und man kriegt sehr, sehr coole Ergebnisse. Gerade wenn man dieses Abgeranzte und dieses Oxidierte von den Oxide Inks gerne mag. Hier habe ich jetzt so eine kleine Tasche draus gemacht. Das ist jetzt das ganz vordere Teil. Da habe ich zuerst einmal oben über diese Karte drüber genäht und dann die Tasche genäht, sodass es jetzt so aussieht, als wenn das komplett drumherum genäht wäre. Ich finde das immer ganz cool, wenn man da so ein bisschen so eine optische Illusion erschaffen kann. Und jetzt kann man da oben etwas hineinstecken. Schaut ja schon gar nicht schlecht aus, oder? Also diese Nähte, finde ich, machen einen relativ großen Unterschied für Leute, die jetzt Junk Journaling gerade neu angefangen haben. Und die fragen, ja, lohnt sich das, eine Nähmaschine anzuschaffen? Diese Frage kommt ja sehr, sehr oft, oder? Ich kann nur sagen, ja, es lohnt sich definitiv. Also ich habe das große Glück, die Nähmaschine meiner Oma benutzen und besitzen zu dürfen. Aber ich bin der Meinung, es lohnt sich sehr, sich eine vernünftige Nähmaschine zu kaufen, die imstande ist, Papier und verschiedene andere Dinge zu nähen. Ihr habt meiner Meinung nach, und das ist wie gesagt nur meine Meinung, keine Freude daran, wenn ihr euch eine ganz billige Nähmaschine kauft oder womöglich so eine Handnähmaschine. Vergesst es einfach, das funktioniert nicht. Ihr werdet damit mehr Probleme haben, als dass ihr Freude habt. Also wenn ihr euch eine Nähmaschine anschaffen wollt, weil ihr denkt, uh, das gibt schon irgendwie einen coolen Effekt, das macht schon einen Unterschied und ich möchte dieses Thema Junk Journaling längere Zeit betreiben, dann kauft euch eine vernünftige Nähmaschine. Ja, weil sonst verliert ihr einfach den Spaß da dran. Aber wie gesagt, nur meine Meinung. Jetzt möchte ich das hier miteinander verbinden, sodass man diese einzelnen Seiten später nach links aufklappen kann. Dafür werde ich jetzt hier einfach solche Stoffstreifen verwenden und die werde ich da so dran kleben, dass man die einzelnen Seiten später blättern kann. Ich werde hier an dieser Stelle keine genauen Angaben machen, was ich wohin klebe, weil wenn du das nachmachst, werden deine Seiten höchstwahrscheinlich nicht komplett genauso aussehen wie meine hier. Und wenn ich jetzt sage, klebt das zwei Zentimeter von oben und vier Zentimeter von unten da irgendwo dran, da macht das keinen Sinn, weil es bei dir vielleicht ganz anders ist. Versuche eine Lösung zu finden, die für dich selbst funktioniert. Ich werde das hier so machen, dass ich diese ganzen Dinger einfach auf die Seite und dann nach ganz hinten klebe und zwar bei jeder einzelnen Seite. Es gibt auch die sogenannte Hinspindung. Da gibt es auch verschiedene Tutorials dazu, wo man diese Stoffstreifen verwendet auf eine ganz spezielle Art und Weise. Da wechselt man immer zum Beispiel drei und zwei Stoffstreifen ab oder vier und drei. Das könnte man hier auch machen, durchaus. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige das hier so, dass das jeder nachmachen kann, ohne eine besondere Bindemethode kennen zu müssen. Und das hier schaut jetzt ein bisschen Freestyle aus, das weiß ich wohl. Bei dieser Hinspindung schaut es sehr viel geordneter aus, was man da mit diesen Stoffstreifen macht. Aber es funktioniert halt immer. Also egal, was ihr da habt, es funktioniert immer. Ja, und bei dieser Hinspindung ist es ein bisschen problematisch, wenn manche Seiten nämlich zu klein sind, dann müsst ihr da euch sehr gut auskennen, wie ihr das machen müsst, dass das funktioniert. Und deswegen habe ich das hier weggelassen, weil ich auch hier etwas zeigen möchte, was wirklich ein blutiger Anfänger auch machen kann. Also wie ihr euch manchmal selbst so nennt. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt hier mit diesen Stoffstreifen für die einzelnen Seiten so weitergemacht, sodass das jetzt wirklich alles nach hinten so steht, dass also nach hinten so übergeklappt, festgeklebt steht. Also ihr wisst schon. Ich finde das sehr cool, wenn man das sieht, wie das wirklich gemacht ist. Also ich liebe versteckte Bindungen bei Junk Journals, habe da bestimmt schon gemerkt. Aber bei solchen kleinen Projekten finde ich das auch ganz cool, wenn man diese Stoffstreifen zur Verbindung der Seiten einfach sieht. Und auch wenn das nicht so gerade Stoffstreifen sind, wie dieser, den ich jetzt gerade hier anbringe, finde ich das überhaupt nicht schlimm, weil dann sieht man einfach, was da dahinter steckt. Wie ist das gemacht? Und das unterstützt natürlich sehr diesen handgemachten Charakter. Und außerdem finde ich auch, es ist sehr interessant, dass das später so aussieht, als würde das halb auseinanderfallen. Tut es aber gar nicht, weil das natürlich auf diese Art und Weise sehr gut hält. Logisch, das ist Stoff. Und wo soll es hin? Also das kann nicht reißen oder sonst irgendwas. Das hält bombenfest. Was ich hier nicht empfehlen kann, sind Papierstreifen oder gar Washi-Tape. Das ist viel zu gefährlich, dass euch das später auseinanderfällt. Gerade wenn ihr da noch was reinsteckt, was etwas voluminöser ist oder so zum Beispiel, was vielleicht auch ein bisschen Gewicht hat sogar. Kann ja auch sein, dass man da vielleicht irgendwelche kleinen Tags mit Metall-Elementen oder Charms oder sowas reinsteckt. Aber alleine schon, wenn ihr das blättert, reicht Papier oder Washi-Tape nicht aus. Nehmt lieber Stoff. Oder Spitze zum Beispiel würde natürlich auch gehen. Jetzt werde ich hier mit meiner Nähmaschine noch so ein bisschen Freestyle umeinander nähen. Dieses Ding kann ich jetzt ja unter meine Nähmaschine drunter legen, Seite für Seite. Und jetzt kann ich hier an den verschiedenen Stellen noch so ein paar kleine nähmaschinische Dekorationen vornehmen. Ich finde das immer ganz cool, wenn diese Stoffstreifen dann nicht so nackt aussehen. Meine sind jetzt hier teilweise sogar weiß. Das ist natürlich überhaupt total suboptimal. Aber braucht man auch nicht unbedingt einfärben. Wenn man da drüber näht, finde ich, schaut das ganz cool aus. Wie man hier jetzt sieht, habe ich einfach krumm und schief, völlig Freestyle drüber genäht. Das sorgt natürlich auch nochmal für mehr Halt. Und wenn ihr die Seiten umblättert, merkt ihr einfach, dass das wesentlich stabiler ist, wenn ihr das auch nochmal zusätzlich genäht habt. Ich bin teilweise um diese Dinger auch so rechteckig drum herum gefahren, manchmal so kreuz und quer hin und her. Also wie gesagt, das schaut ein bisschen so aus, als wenn das gleich auseinander fällt, weil es einfach aus so vielen kleinen Stückchen gemacht ist. Aber das hält bombenfest. Und an dieser Stelle könnt ihr jetzt nochmal testen, ob sich das gut falten lässt. Wenn ja, alles paletti, weitermachen. Und wenn nein, könnt ihr natürlich noch beliebig viele solcher Stoffstreifen hinzufügen. Als nächstes werde ich jetzt hier etwas weißes Gesso spritzen. Und das ist auch eine meiner absoluten Lieblings-Mixed-Media-Techniken, auch wenn ich dieses Wort Mixed-Media und insbesondere Mixed-Media-Technik eigentlich gar nicht mag. Aber das ist einfach so ein Fachbegriff, den man so oft liest und der oft benutzt wird. Ja, ich weiß manchmal nicht, was ich machen soll mit diesen Definitionen. Denn ein Junk-Journal, was aus verschiedenen Materialien besteht, ist ja schon Mixed-Media. Ja, aber dieses mit flüssigen Medien etwas zu machen, Strukturpaste, Gesso, verschiedene Kreiden oder Farben oder sowas, ne, das ist eben, ja, Mixed-Media im herkömmlichen Sinne oder wie man das umgangssprachlich so sagt. Aber diese Diskussion immer, was ist Mixed-Media, das regt mich manchmal echt auf. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier sehr rabiat weißes Gesso mit Wasser verdünnt draufspritzen. Keine Panik, das bleibt nicht so weiß. Ich möchte jetzt den folgenden Effekt erreichen, was ich vorhin schon mal erzählt habe, dass nämlich die Tinte sich jetzt in das Gesso reinzieht, während das trocknet. Hier sieht man hoffentlich den Unterschied. Hier habe ich das jetzt einmal geföhnt. Und das ist jetzt trocken und man sieht hier schon, wie die Tinte in dieses weiße Gesso eingezogen ist. Es ist also nicht komplett weiß, da, wo Tinte drunter ist. An den Stellen, hier sieht man das besonders stark. An den Stellen, wo die Tinte ist, wird das so richtig bräunlich und nimmt eben die Farbe an. An den Stellen, wo die Printables nicht so abgeranzt wurden mit der Tinte, bleibt es natürlich weiß. Und dadurch, finde ich, entsteht ein richtig cooler, dimensionaler Effekt dieser Spritzer einfach. Und hier müsst ihr auch wissen, wenn ihr das jetzt eine Nacht durchtrocknen lasst, dann wird das noch extremer. Das sieht man hier in der Kamera jetzt nicht. Mit bloßem Auge siehst du das am nächsten Tag, aber schon, und ich sehe es, also wenn ich es jetzt nochmal filmen würde, würdest du es auch sehen. Es ist halt mit diesen flüssigen Medien einfach so, dass du die fönst, dann sind die trocken, du kannst das nicht abrubbeln, aber bis das richtig komplett durchgetrocknet ist, dauert das manchmal eine Nacht. Und dann werden natürlich gewisse Effekte manchmal auch verstärkt, wie dieses hier zum Beispiel mit diesen weißen Spritzern, die dann plötzlich am nächsten Tag ein bisschen bräunlich aussehen. Ich finde das sehr cool mit dem weißen Jesso, deshalb, weil es so unberechenbar einfach ist. Das ist so was, man spritzt das da drauf und man weiß nicht genau, was passiert. Und man hat einen neuen Startpunkt, sozusagen, um seine nächsten Schritte zu machen und zu überlegen, was man als nächstes tun möchte und auch mit dieser neuen Optik dann einfach etwas anzustellen. Ich werde jetzt dieses kleine Tag Dingsbums hier, diesen gelayerten Tag, noch ein bisschen dekorieren. Dafür werde ich Rachels Papiere verwenden und auch teilweise, wie gesagt, meine eigenen. Falls du gerade hier in dieses Video gestolpert bist, alle digitalen Papiere, die ich hier verwende, sind unten in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal kurz wieder zu einem kleinen Flipthrough durch diesen gelayerten Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. da bin ich schon wieder. Das hier wäre mal mein Endergebnis. Ich habe mich hier entschieden, noch ein bisschen schwarz hinzuzufügen mit Hilfe von Die Cuts und Stempeln. Hier und hier erzähle ich euch gleich noch ein bisschen genauer was dazu. Ich fand das ganz cool, dass dieser Kontrast auch dann schon gleich beim ersten Draufsehen sichtbar wird sozusagen. In dieses kleine Täschchen vorne habe ich hier so verschiedenes kleineres Ephemera getan. Teilweise aus Rachels Papier. Dieses hier stammt zum Beispiel aus meinem eigenen oder so kleinen Sachen, die ich noch in meinem Vorrat hatte. Der winzige Tag, da der weiße, den habe ich mal in einem Happy Mail bekommen. Und ich habe die versucht, in der Größe so ein bisschen abzuwechseln, sodass hier vorne in dieser kleinen Tasche so wie so ein kleiner Fächer entsteht und die sich da so nebeneinander positionieren können. Hier unten habe ich so eine kleine Fake Briefmarke aus Rachels Papier aufgebracht und darüber so einen Die Cut geklebt. Ich finde, das schaut da unten ganz cool aus, weil das diesen Stoff da unten noch mal so ein bisschen auffälliger werden lässt. Und es ist natürlich auch noch mal eine neue Lage. Also bei diesem ganzen Projekt habe ich die ganze Zeit gedacht, wie kann ich noch mehr Layer erschaffen? Denn diese Layer machen diesen Tag natürlich besonders und interessant. Wenn man da von da außen so drauf guckt, je mehr Lagen du da hast, desto besser sieht das natürlich aus, finde ich. Hier ist noch so ein kleiner Tag drin, den kann man sowohl von außen als auch von innen entnehmen. Das ist hier dieser kleine Kollege. Der stammt auch aus dem Cute Woodland Kit aus meinem eigenen Shop. Den kann man jetzt hier hinten so reinmachen und ich habe die Tasche so angebracht, dass der vorne da so raus luken kann. Ja, muss man immer wissen, in richtige Position bringen, dass der da was sehen kann, sonst ist der unglücklich. Ein bisschen Luft kriegen sollte der da auch, wenn er da raus guckt. Ja, die Tasche hinten habe ich einfach so angebracht, dass das möglich ist, dass der da vorne in dieser Position bleiben kann. Hier habe ich auch nochmal Rachels Papierchen verwendet und eine echte Briefmarke. Habe ich einfach so eine kleine Collage gemacht und hier unten diese Zahlen, die ich hier gestempelt habe, eben für diesen schwarzen Kontrast oder den Kontrast mit dem Schwarz, muss man eigentlich sagen, stammen aus dem Tim Holtz Field Notes Stempel Set. Die Schmetterlinge sind auch Die Cuts von Tim Holtz. Ich verlinke euch, soweit ich das finden kann, alles unten in der Infobox. Und diese Blumen Die Cuts sind im Übrigen auch von Tim Holtz. Hier haben wir noch so eine kleine Eule, auch aus dem Cute Woodland Kit. Dieser Tag, der kann jetzt da hinter diesem Tagspot so rumstecken. Die Eule kann da so ein bisschen rausgucken und ich habe den auch so aufgeklebt, dass man da durchaus noch weitere Papiere reinstecken kann. Also auch wenn ich das jetzt hier vollständig dekoriert habe, kann man natürlich immer noch Ergänzungen vornehmen. Es ist noch nicht so dick, dass man nicht noch etwas hinzukleben oder irgendwo hin zufügen könnte, in eine Tasche etwas hineinstecken oder so. Das geht immer noch. Und das liegt natürlich auch an dieser Scharniermethode mit diesen Stoffstückchen, weil dadurch erhältst du relativ viel Platz zwischen diesen einzelnen Seiten. Auf der linken Seite hier habe ich das einfach mal so gelassen, wie mein, ihr wisst schon, Müllpapierchen da war, weil hier auf der rechten Seite schon relativ viel los ist. Da habe ich auch im Hintergrund einen von meinen eigenen Tags verwendet und dann einfach diesen Schmetterling und dieses Dye-Cut-Blümchen da drauf getan. Ich finde das einen richtig coolen Kontrast, insbesondere auch mit der Tinte dahinter. Das schaut so richtig rostig aus und dieses weiße Papier im Hintergrund von diesem anderen Papier, das schaut einfach richtig cool aus. Ich bin in letzter Zeit auf die Idee gekommen, dass weiß und schwarz ganz coole Farben sind, die man mal so ab und zu irgendwo einwerfen kann. Dieser Stempel links ist auch von Tim Holz, verlinke ich euch auch unten in so, wenn ich den finden kann. Diese Libelle stammt aus meinem Mary-Meet-Juliet Ephemera-Pack. Dieser Schnipsel unten ist von Rachels Papier und das hier finde ich besonders interessant. Seht ihr, wie das glänzt? Das ist ganz cool. Das ist einfach auch nur ein Stück von diesem Müllpapier, was ich da genommen habe, aber da war Kleber drauf. Also wenn ihr euch das mal anguckt, ich hole es nochmal gerade, hier ist das relativ matt an den meisten Stellen, aber hier, wo das so glänzend ist, ist einfach Kleber getrocknet. Und wenn der getrocknet ist, dann passiert da natürlich nichts mehr, da bleibt man nicht kleben oder sonst irgendwas, aber es schaut einfach interessant aus und macht so eine Collage auch nochmal irgendwie besonders, wie ich finde. Hier habe ich aus Rachels Papier so ein doppeltes Bellyband gemacht, also das kann man oben und unten befüllen. Es ist also nicht durchgängig in der Mitte, habe ich einfach in der Mitte festgeklebt, sodass man dann oben und unten verschiedene Sachen hineinstecken kann. Hier innen ist so gut wie alles nahezu gleich geblieben. Ja, also hier kann ich schreiben und hier auf der anderen Seite habe ich auch noch so einen kleinen Flip eingebaut. Das könnt ihr natürlich auch machen, dass ihr hier an der rechten Seite solche Lagen befestigt, auf genau die gleiche Art und Weise wie auf der linken Seite, die dann dort nach innen gehen. Ich habe es jetzt obendrauf sehr voll gemacht und es ist schon sehr dick auch insgesamt, deswegen habe ich hier darauf verzichtet, noch weitere Lagen hinzuzufügen und habe einfach nur diesen einen Flip gemacht. Hier auf der Rückseite schaut das Ganze so aus. Wie gesagt, bewusst sehr zusammengestückelt und sehr so, dass man sieht, wie es gemacht ist. Ich finde, das unterstützt irgendwie diesen abgeranzten und insbesondere handgemachten Charakter. Hier habe ich mich allerdings jetzt doch noch entschieden, ein bisschen umeinander zu stempeln und hoffentlich seht ihr den Unterschied, wenn die Stempel drauf sind, zu dem Stadium, bevor die Stempel drauf waren. Also jetzt ist es nochmal so integriert. Ja, auch wenn man das jetzt hier am Rand nochmal distresst, kann man den Rand von dem Tag nochmal so ein bisschen wieder zurückholen, also optisch, wenn man hier auch eben diesen dunklen Rand macht mit der Distress-Tinte und so einem Schwämmchen. Dann wird der Rand da vervollständigt. Das sieht auch nochmal ein bisschen älter aus und ich finde, das integriert sich jetzt besser in das Gesamtbild. Das schaut jetzt nicht mehr so komisch zusammengestückelt aus. Ja, so, das hier ist es. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr sowas nachmachen wollt, vergesst bitte nicht, mich zum Beispiel auf Instagram oder Facebook zu markieren at Luise Heinzel benutzen oder Hashtag Junk Journal Art mit Luise Heinzel, dann kann ich eure Beiträge leichter finden und mir anschauen, was ihr aus dieser Idee gemacht habt, was mich natürlich sehr interessiert. Und vergesst bitte auch nicht, auf den anderen Kanälen vorbeizuschauen. Ihr könnt euch da sehr viel Inspiration holen. Wie gesagt, dieses Projekt How to Botanical geht den ganzen April lang. Also es hat schon am 1. April angefangen. Es gibt also schon einige Videos, wenn ihr dieses Video hier seht und es werden noch einige weitere Folgen bis Ende April. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren eigenen botanischen Journals. Ich bin gespannt, was ich sehen werde. Vielleicht möchtet ihr das auch in meiner Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch posten. Der Link ist auch unten in der Infobox. Falls ihr diese Gruppe noch nicht kennt, könnt ihr da natürlich gerne Mitglied werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt kreativ, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020